Guten Tag, herzlich Willkommen bei B3DV. Die Chefredakteure stehen wieder am Programm. Jeden letzten Dienstag im Monat treffen wir uns hier in der Hypo Niederösterreich und lassen sozusagen das Monat Revue passieren. Ich freue mich, Hubert Wachter, dass du wieder da bist. Hallo. Chefredakteur von News, Matthias Hofer, ebenfalls hallo, vom Kurierchefredakteur und Oswald Hicker von den Bezirksblättern. Hallo. Ihr werdet euch sicherlich einiges zusammengeschrieben haben, nehme ich an, oder zusammengedacht haben. Und ich hätte mal gleich ganz am Anfang unseres Themas heute die Situation Asylanten in Niederösterreich. Es scheint ja so zu sein, dass es unmöglich ist, dass diese Asylanten in Niederösterreich irgendwie unterzubringen sind. Ich habe da in den Zeitungen durchgeschaut, auf Facebook, da sieht man ganz, ganz böse Hasspostings. Ja, schaffen wir das nicht in Niederösterreich, sind wir nicht in der Lage. Denn wenn man zurückdenkt in der Jugoslawien-Krise vor über 20 Jahren, da sind 115.000 Flüchtlinge gekommen und das war kein Problem. Warum ist das jetzt ein Problem? Na ja, es hängt ein bisschen zusammen mit der Wirtschaftskrise. Es hängt ein bisschen zusammen, glaube ich, mit der Unsicherheit der Bevölkerung, was sie selber nämlich betrifft. Also Existenzängste, Gehalt wird immer weniger etc. etc. Und grundsätzlich, gesellschaftspolitisch gemeint, greift natürlich eine gewisse Art von Egoismus um sich. Das ist also eine Wohlstandserscheinung sozusagen. Und wenn du vorher angesprochen hast, also die Ungarnflüchtlinge beispielsweise oder noch früher, vor 70 Jahren, als quasi Asyl zwar nicht als Wort gebraucht wurde, aber als damals also viele Österreicher auch die Verfolgungen, die in der Naziseite stattgefunden haben, dann müsste man eigentlich ja fast zum Ausschluss kommen, dass die Politiker das Wort Asyl in ihrer Politik zu Tode geritten haben. Mittlerweile, weil die Österreicher waren immer so, Ungarnkrise und Zweiter Weltkrieg, Nazi etc., wo also Verfolgte tatsächlich aufgenommen wurden. Und ich glaube, dass sie die Zeiten insofern leider geändert haben, dass also der Egoismus, der persönliche, die Wohlstandskrankheit, aber auch jetzt die Wirtschaftskrise, die Angst um einen eigenen Job, um Geld und so weiter, um sich greift. Und daher ist man halt weniger bereit, anderen zu helfen, sagen wir so. Wurde es nicht irgendwie vielleicht auch damit zu tun, dass die Leute eben nicht aus der Nachbarschaft kommen? Ja, das würde ich so überhaupt nicht sehen. Vor allem sehe ich es ein bisschen anders, was den Zugang zu dem Asylthema betrifft. Ich meine, Niederösterreich hat es immerhin geschafft, im abgelaufenen Monat fast 700 zusätzliche Betten für Flüchtlinge aufzustellen. Was nicht selbstverständlich ist, wir sitzen hier in der Hypo Niederösterreich, nur ein Steinwurf entfernt vom Niederösterreichischen Landtag, wo das Thema heute diskutiert wurde, recht emotional diskutiert wurde, wo man aber gesehen hat, dass es nur mehr eine Partei, nämlich die Freiheitlichen gibt, die genau mit dieser Asylkeule argumentieren, die Ängste schüren, die einfach das unterstützen, dass die Leute vielleicht Angst vor dem Fremden haben. Aber alle anderen vier im Landtag vertretenen Parteien haben heute eine richtige Front gebildet und haben darauf verwiesen, dass die Familie Niederösterreich in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, und das ist bitte die größte Flüchtlingswelle unserer Zeit, die aktuell rollt. In der Türkei haben wir zwei Millionen Flüchtlinge, wir haben in Österreich einen Anstieg der Asylanträge um 150 Prozent im September im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist ja nicht nichts. Und diese vier Parteien haben heute schon deutlich vor Augen geführt, dass ein Zusammenstehen jetzt sehr wohl möglich ist und sowohl die ÖVP wie auch die SPÖ, wenn wir von den Großparteien reden, versuchen aktiv auf ihre Bürgermeister einzuwirken mit positiven Beispielen, damit in den Gemeinden einfach mehr Asylanten untergebracht werden können. Das war ja auch ein einfaches Grund, warum der Waldhäusl, der FPÖ-Chef, heute im Landtag von Lagern an die Außengrenzen und so weiter redet, weil das ist die Gemeinderatswahl, die bevorsteht. Weil mit einem Flüchtlingslager in deiner Gemeinde rechnet man sich aus, gewinnt man keinen Blumentopf sozusagen. Und jetzt wird das Thema total emotionalisiert, wird hochgespült. Es geht aber auch völlig anders. Und da habe ich heute auch ein kurzes Gespräch im Landtag geführt, nämlich mit dem Bürgermeister von Eichgraben. Eichgraben will ein Asylvorbild sein, der hat nämlich genau das Gegenteil gemacht. Der hat eins gemacht. Der hat einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss herbeigeführt, dass Eichgraben freiwillig die Quote von der Mikl-Leitner, der Vorschlag von den Asylwerbern für 266 Einwohner, erfüllt. Das musst du einmal verkünden, was das heißt vor einer Gemeinderatswahl, wenn der Bürgermeister sagt, wir nehmen 20 Flüchtlinge in der Gemeinde auf. Warum geht das dort? Und du hast von der Familie Niederösterreich geredet. Das funktioniert dort super. Die haben schon einmal einen Fall gehabt, das ist sogar verfügt worden. Das waren Nigerianer, die im Fußballklub so gut integriert worden sind, die auch dafür gekämpft haben, dass die da bleiben können bei Ihnen in der Gemeinde. Und die werden das mit Integration probieren. Die werden es im Fußballklub integrieren. Die werden versuchen, dass sie eine Sprachkurse. Alles auf freiwilliger Basis geben. Und ganz interessant, weil ich habe gesagt, aber irgendwie eine Harakiri-Aktion ist das schon so kurz vor der Wahl, weil am 1. Dezember kommen die schon. Und der hat gesagt, ich würde auch anzeigen, 1 zu 10, 10 positive Rückmeldungen und auch negative aus der Gemeinde. Also es geht auch so, man muss das nicht so spülen. Aber natürlich, man muss anzeigen. Das, was der Kollege Hofer zuerst gemeint hat, das ist völlig richtig. Aber der Egoismus, der eben durch die FPÖ zum Ausdruck kommt, die natürlich Klangeld wechseln wollen in Richtung Gemeinderatswollen und natürlich auch für ihre Gesamtpolitik. Aber man muss dazu sagen, so sehr Niederösterreich bisher immer die Quote erfüllt hat. Also von Dreiskirchen begonnen weg bis jetzt hin zu dieser mitgeleitnerischen Gemeindezahl sozusagen, also eine Familie, glaube ich, auf 240 oder 56 oder 66. So sehr das in Ordnung ist und so sehr die Familie Niederösterreich auch in dem Bereich hält sozusagen, und das tut unter Anführungszeichen. Muss man wirklich schon sagen, Österreich nimmt im Vergleich, im EU-Vergleich zu seiner Kopfzahl nämlich wesentlich mehr auf als die Deutschen und so weiter und so fort. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass natürlich aus dem Nahen Osten, aus Afrika und so weiter in das Wirtschaftswunderland Europa immer mehr hereindrängen, siehe Italien, siehe Lampedusa, jedenfalls da, wo, also es ist ja erbärmlich und es ist erschreckend, dass dort tausende Menschen im Meer buchstäblich auch saufen. Und Europa hat noch immer keine stringente Antwort, wie behandelt man Asyl wirklich? Du sprichst nämlich genau das Wesentliche an. Ich glaube nämlich, dass dieses Asylproblem kein österreichisches, kein niederösterreichisches, sondern europäisches ist. So sehe ich das auch, weil man kann trotzdem nicht wie die FPÖ hergehen und plötzlich diesen völlig utopischen Vorschlag bringen, Auffanglager, und so haben sie es ja nicht bezeichnet, sie haben wörtlich von Lagerstätten gesprochen und das ist sowieso völlig jenseitig, an der EU-Außengrenze zu errichten. Eins ist interessant, in Niederösterreich, um wieder nach Niederösterreich zurückzukommen, haben wir ja noch Potenzial. Die aktuellen Zahlen belegen eindeutig, dass die Asylwerber, Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, die wir untergebracht haben, in nur 26% unserer Gemeinden untergebracht sind. Klar, Traktraskirchen, da die Hauptlast und der urbane Bereich, ich denke da an einem Städten und so, die haben natürlich auch im Verhältnis mehr Flüchtlinge unterzubringen, aber es ist am flachen Land noch möglich. Und wir haben vor kurzem eine ganz interessante Umfrage gemacht, nämlich zu Beginn der Woche über das Meinungsforschungsinstitut OGM, mehr als 500 Österreicher befragt. Ein Drittel dieser Befragten spricht sich mittlerweile dafür aus, dass Flüchtlinge in kleinen Einheiten, kleinen Quartieren untergebracht werden sollen. Das ist genau der Weg, den Niederösterreich verfolgt. Das macht die Integration viel einfacher und da ist Eichgraben eines von vielen Beispielen. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Billigsdorf im Weinviertel, wo der Tennisclub, das neu errichtete Clubhaus, kostenlos dem Land zur Verfügung stellt, um dort Kriegsflüchtlinge unterzubringen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, es funktioniert bei der Familie Niederösterreich. Weil du sagst, es funktioniert, sieht man am Beispiel, es gibt auch schon Privatpersonen, die zum Beispiel Häuser teilweise leer stehen haben und sagen, okay, ich kann auch eine Familie aufnehmen. Also das ist eine ideale Situation zu integrieren. Und ich glaube das Hauptproblem, weil wir sagen, es ist ein europäisches Problem, aber ein Problem haben wir schon. Und das ist die Dauer der Asylverfahren. Wir haben in St. Pölten jemanden, der wartet seit 14 Jahren auf einen aufrechten Asylbescheid. Und es kann mir keiner erzählen, dass man 14 Jahre warten muss. Ich glaube, wenn man sowas auch nach rechtsstaatlichen Maßstäben abhandelt, muss man in einem halben Jahr einen Erstbeschluss haben. Und spätestens, wenn man alle Rechtsmittel ausnutzt, man kann es da hinziehen. Aber nach zwei Jahren muss sie wissen, kann ich da bleiben oder kann ich nicht da bleiben. Und jetzt aber als Umkehrschluss sagen, die Verfahren dauern so lang und ich muss den Arbeitsmarkt aufmachen, damit die in der Zeit nicht irgendwie, weil ja eine Fahrt ist, auf blöde Gedanken kommen. Das bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, weil wir müssen uns ernst klar sein. Die Leute, die kommen ja nicht mit dem Schneidstierchen unterm Arm und klopfen da an. Da ist ja eine organisierte Kriminalität dahinter, die sehr viel Geld damit macht, dass sie die Leute auch nach Europa bringen. Und die reagieren natürlich sofort, wenn ich weiß, ich habe ein Land, wo ich jetzt den Arbeitsmarkt offen habe, du kannst dort hin, du kannst dort arbeiten. Die Gefahr, dass dann die Zahlen noch stärker ansteigen und das Problem noch größer wird, die ist relativ groß. Da bin ich mir nicht sicher, ob das ist. Also schnellere Verfahren, die Leute integrieren in Klargruppen, glaube ich, ist ein richtiger Weg. Aber im Arbeitsmarkt öffnen, da würde ich warnen davor. Nur bei den schnelleren Verfahren, da muss man schon dazu sagen. Während der Asylzeit. Natürlich. Aber weil du sagst, das schnellere Verfahren in der Asylgewährung oder auch nicht. Ich glaube, dass das Gesetz, das wir da haben, dass du arbeiten darfst erst, außer den ganz niedrigen Arbeiten, wann du den Asylstatus zugestanden bekommst, dass das sowieso eigentlich nicht wirklich haltbar ist. Weil du kannst ja niemanden 14 Jahre in dem Fall so beten oder andere, die lang dauern. Im Schritt dauert es auf jeden Fall eineinhalb Jahre. So ist es. So ist es. Man muss sich vorstellen, wir sitzen in einem eineinhalb Jahren nicht arbeiten. Ja, jetzt muss man aber wissen, dass Österreich bitte auf einem Berg von 14.000 unerledigten Anträgen nach wie vor sitzt. Und da muss ich so schon sagen, naja, liebe Behörde, was ist denn da los? Ich meine, so geht es ja wirklich nicht, ne? Ja, sagen wir einmal so, das ist schon schlimm genug, wenn man an das Bild des Asylwerbers denkt, das wir alle im Kopf haben, dass das irgendwie so, ja, Mit-30er sind, die ins Land kommen, vielleicht vor dem Krieg geflüchtet, vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, zurzeit ist es sicher mehr die kriegerische Auseinandersetzung. Aber bitte vergessen wir nicht, wir haben nur in Niederösterreich mehr als 1.200 unbegleitete Minderjährige. Also wir haben einen ganzen Haufen an Kindern, die unbegleitet zu uns kommen, wo laut österreichischem Recht irgendwann einmal das Land die Vormundschaft übernehmen muss. Wir haben gar nicht mehr die Plätze, diese Kinder irgendwo menschenwürdig unterzubringen. Das sind die Probleme, auf denen wir wirklich sitzen und nicht, ob die arbeiten dürfen oder nicht, weil die Frage stellt sich für Kinder. Da kommt ja noch was dazu, also Niederösterreich erfüllt seine Aufgabe, keine Frage. Nur das Drittstaatenabkommen, was es da gibt, dass Italien zum Beispiel, Brennergrenze, die schicken die Leute weiter und wir schicken es wieder zurück, ist im Grunde genommen im 2014 unhaltbarer Zustand, ist nicht menschlich. Naja, das große Problem, glaube ich, überhaupt bei der ganzen Asylgeschichte, darum habe ich zuvor gesagt, es ist, glaube ich, nur europäisch lösbar. Denn es gibt ja das Problem, wenn jemand wirklich um Asyl ansucht, muss er es ja in seinem Erstland, und dort liegt einmal das Hauptproblem. Und wie du gesagt hast, die Schlepperbanden sind genau diejenigen, die an dem Ganzen verdienen. Also es ist wirklich ein Teufelskreis, der, glaube ich, von Österreich alleine oder von Niederösterreich sicher nicht lösbar sein wird. Ja, da war das Asylverfahren unter Nicht-Arbeiten, der Zeit, die man nicht arbeiten kann, dafür hat natürlich auch ein riesiges Gefahrenpotenzial, weil die Leute werden anfälliger in so einer Situation für gewisse Ideen, wie wir jetzt da sehen. Wir haben in Niederösterreich, ich habe heute auch wieder mit einem Kriminalbeamten geredet, 15 Leute, die unter Verdacht stehen, Dschihadisten zu sein, das heißt, die in Syrien kämpfen waren oder vorhaben, dort hinzufahren. Und das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, dass Leute, die den ganzen Tag keine Chance haben, die keine Hoffnung sehen, dann anfällig werden für Gedankengut, das vielleicht nicht so toll ist. Einer in Heidenreichstein ist bereits in Haft, wo man was nachweisen hat können. Das Problem ist halt, in Österreich haben sie keine Straftaten gesetzt, was in Syrien machen, weiß man nicht so genau. Jetzt hast du fast keine rechtliche Handhabe. Du kannst das ja nicht einmal dementsprechend in Österreich beurteilen. Ja, wir sind eine Rechtsstaat zum Glück, aber man muss das sehr genau beobachten, was passiert. Und 15 sind in Niederösterreich, das muss man sagen. Das ist eine Bombe. Wenn er zum Beispiel zurückkommt und in einer fremden Stadt an Kriegshandlungen teilgenommen hat. Das muss aber wieder beweisen können. Naja, das ist wahrscheinlich schwierig, das ist richtig. Aber es gibt ja das Beispiel von den zwei Malen, die da herabgegangen sind aus Wien, die jetzt wieder zurück wollen. Jetzt kommt natürlich die Republik in eine unglaublich schwierige Situation. Können wir die zurücknehmen oder nicht und so weiter. Ich glaube, das Problem ist überhaupt, dass man mit der Situation in keinster Weise überhaupt einmal von der Rechtsseite überhaupt eine Klarheit hat. Das ist das nächste Problem. Weil so etwas bis dato noch nicht da gewesen ist. Man muss sich das einmal vorstellen, Heidenreichstein im Waldviertel, wo das ist. Und vor ein paar Jahren war da die Literatur im Nebel. Da war der Salman Rushdie zu Gast, gegen den ein Todesurteil, ein aufrechtes ist. Und genau in dem Ort wird jetzt ein Dschihadist festgenommen. Das heißt ja aber auch, es hat sich schon so weit verbreitet und man kann sich nirgends sicher sein. Ich will jetzt keine Panik machen. Aber man muss es doch auch sehen. Die Gefahr ist jetzt nicht so, dass man da in Städten oder sonst irgendwas, sondern es kann auch an der Peripherie so sein, weil das ist so unberechenbar, weil das Einzelgänger sind. Das sind ja auch keine organisierten Armeen, die da irgendwie, sondern das sind Leute, die sie plötzlich entschließen, das zu tun. Das sind aber auch nicht. Und das, da muss ich ein bisschen widersprechen, sind aber auch nicht in erster Linie Asylwerber, die bei uns nichts zu tun haben. Der Verfassungsschutz, Kuriergeschichte vom Wochenende, Verfassungsschutz listet 140 Österreicher auf, die teilweise oder insgesamt namentlich bekannt sind, die mit dem IS sympathisieren, dort schon gekämpft haben, vorhaben hinzugehen. Also wir reden von einer Zahl von 140 österreichweit. Und da zitiere ich den Verfassungsschutz. Der Großteil der Söldner sind Österreicher mit tschetschenischem oder türkischem Migrationshintergrund. Das sind jetzt nicht Leute, die aktuell aus Syrien oder aus dem Irak kommen. Also da müssen wir uns schon ein bisschen die Kirchen hinter auflassen. Der Großteil ist sicherlich Tschetschenen etc. Aber wir wissen, erstens einmal ist die Dunkelziffer wesentlich eher als die 440. Das ist sicher bei uns. Das sind die, die unterbeobachten. Genau. Und die Dunkelziffer ist noch egal. Und das Zweite ist, wir wissen mittlerweile gesichert, dass drei Wiener, und zwar Österreicher, einer davon sogar Gründungsmitglied von der IS ist. So, das heißt also, ein deutscher Soziologe hat vor zwei Tagen erst in Deutschland draußen in einem riesigen Fernsehen, die hat das erklärt, der hat gesagt, völlig richtig, das sind Einzelkämpfer zum Teil. Das heißt also, zum Unterschied von Al-Qaida ist die ISIS in Wahrheit nicht eine zentralisierte Partie, sondern die können überall aufstehen. Wer sich halt zu dem Rechtsaußen-Islam bekannt, wer den Islam 114 Zensuren wirklich extrem auslegt, der ist in Wahrheit schon bei der ISIS. Mit der Gewalt, mit Ungläubigen müssen getötet werden, etc., etc., etc. Und der deutsche Soziologe hat gesagt, das kann de facto überall passieren. Also insofern ist deine These. Von der Peripherie nicht aus der Luft gegriffen, muss man sagen. Jetzt eine Frage, warum, glaubt ihr, meldet sich seitens der islamischen Gesellschaft in Österreich niemand zu Wort und sagt einfach, hallo, wir versuchen da irgendwo mitzumachen. Es ist ja so, der Bischof von St. Böten kann auch nichts dafür, wenn irgendwo eine völlig wahnsinnige Sekte, eine christliche, jetzt aufruft zu Gewalttaten oder zu irgendwelchen anderen Handlungen. Das kann man ja nicht sagen, die islamische Glaubensgemeinschaft ist ja nicht zuständig für alle Wahnsinnigen, die irgendeiner Splittergruppe des Islam angehören. Weil der Popst ist auch nicht für die Evangelischen verantwortlich. Und in dem Fall ist das so. Was sollen sie denn tun? Die Gefahr ist eins. Und das muss man auch sagen. Man muss dort. Und darum glaube ich auch, dass es gut ist, dass es den Religionsunterricht an den Schulen gibt. Weil es ist nicht so, dass in die Schulen dort jetzt die Hassprediger sind. Den islamischen Religionsunterricht. Die Schulen nicht. Das sind ja nur die Gesitteten. Aber es gibt eben auch Koranschulen, die am Wochenende besucht werden. Und ich weiß es. Es gibt mittlerweile Weisungen an die Lehrer, dass die das melden müssen. Die Lehrer müssen in den Volksschulen schon melden, wenn Eltern daheim zum Beispiel deutsche Fernsehsender deinstallieren. Wenn sie anfangen, in die Koranschule die Kinder zu schicken, müssen die Kinder das melden. Was ich vor einer Lehrerin. Es gibt ein grundsätzliches Problem. Und das ist kaum beherrschbar. Warum? Der Koran als solcher. Das Glaubensbuch. 114 Suren. Das sind Schichteln, die in Wahrheit im Jahr 700 ungefähr unserer Zeitrechnung geschrieben wurden. Mohammed, Allah. Die katholische Kirche, um es da einen Vergleich zu ziehen. Die katholische Kirche hat auch die Evangelien und so weiter, die alle aus der Zeit heraus verstehbar sind und verstehen, verstanden werden müssen. Der Koran, das Buch, ist sozusagen eine Anhäufung von 114 Bildern, die man so oder so verstehen kann. Und die Glaubensgemeinschaft hat das Problem, dass, das drückt sich jetzt auch aus in dem Protest gegen diese einheitliche Koranübersetzung, die der Außenminister Kurz da alles da antwortet hat. Die Glaubensgemeinschaft hat das Problem, dass sie natürlich sagt, der Koran ist verschiedenartig auslegbar. Du kannst außerlesen. Das ist eine Religion für den totalen Frieden und für die totale Mitmenschlichkeit. Du kannst aber genauso außerlesen. Gibt es Uhren, wo das drinsteht, dass halt der Ungläubige zu deuten ist. Jetzt kommt es darauf an, ob Wahnsinnige das eins zu eins ernst nehmen. Oder ob es dekolarisierte Muslims gibt. Das ist der Unterschied. Und das zusammenfassen, das glaube ich, wird beim Islam nicht gehen. Das ist eine andere Gruppe oder eine andere Wertvorstellung und eine andere Entwicklung als der Katholizismus zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, beenden wir einmal mit der Geschichte das, weil wir haben ja noch viele andere Themen. Wir haben jetzt geredet von Kämpfern und ähnliches mehr. Da fällt mir natürlich sofort unser Bundesheer ein. Die kämpfen ja, aber sie kämpfen nicht in Syrien oder sonst was, sondern die kämpfen mit dem Geld. Wie kann man sich bitte vorstellen, dass Kommandanten sagen, wir können nicht mehr hinfahren, weil wir keinen Treibstoff haben. Matthias, du schüttelst den Kopf. Ich schüttel deswegen den Kopf, weil ich in gewisser Weise persönlich betroffen bin. Ich bin Angehöriger des Milizstandes beim österreichischen Bundesheer, bin beordert im Militärkommando Niederösterreich und kenne deswegen die Situation und die Sparvorgaben, insbesondere für das Militärkommando, doch relativ detailliert. Du musst in Zukunft mit Privatauto zur Übung fahren. Das ist es eben nicht, weil der Milizstand, da soll sich ja nichts ändern, wenn man dem Verteidigungsminister Glauben schenken darf. Aber es wird sich in einigen anderen Bereichen sehr viel ändern. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das alles nur positiv ist, wenn man genau in dieser Nische spart. Beispiel 12 Achsen. Da kommen die Panzer weg. Der Verteidigungsminister argumentiert, aber dafür bekommt es die Dingos, also die gepanzerten Radfahrzeuge, die das Bundesheer hat. Die Panzer kommen aber für immer weg. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Wir fahren die Panzertruppe bis auf einen Mindestbestand von, glaube ich, ganz, ganz wenigen Stücken eben herunter. Gut, da gibt es ja die Meinung, die brauchen wir nicht mehr mehr. Ja, wenn wir es irgendwann einmal brauchen, haben wir es nicht. Das ist das Faktum. Oder reden wir von der Kaserne Horn. Selbst mir als Milizangehörigen erschließt sich zwar nicht immer die militärische Bedeutung der Kaserne Horn. Da geht es insgesamt um 20 Arbeitsplätze. Das Personal soll aufgeteilt werden nach Einsteig und nach Mistelbach. Sprich, da gibt es Ersatzlösungen. Es wird irgendwie an etwas gebastelt. In der Summe bringt es aber alles natürlich nicht diese großen Einsparungen, die man sich erwartet. Beispiel auch Militärmusik. Das möchte ich nur kurz ansprechen. Da reden wir von einer Million Euro Einsparung. Und auf der anderen Seite reden wir aber von mehr als 200 Auftritten im Jahr, von vielen Benefizkonzerten und von einem der größten Wehrbeträger des österreichischen Bundesheers in Niederösterreich. Welcher Wahnsinn ist das? Welche private Firma würde das machen? Wir müssen sparen. Und als erstes sperren wir einmal die Marketingabteilung zu. Also das ist für mich der eigentliche Wahnsinn bei der ganzen Diskussion. Ich habe vor wenigen Wochen, als der Sparplan vom Minister ruchbar wurde und ich habe selber vor 40, 45 Jahren quasi meinen Präsenzdienst geleistet bei den Flieger ein Jahr freiwillig. Wenn es das heute einem Jungen dazu ist, schaut euch der an und glaubt, du bist wahnsinnig geworden. Und da erzählt mir ein Offizier auf meine Frage. Er hat gerade richtigerweise die Panzer angesprochen. Die werden jetzt reduziert, glaube ich, von 80 Stück auf 35 und werden auf einen Standort zusammengezogen. Sind das alle, was es in Österreich dann noch gibt? Alle in Österreich dann noch verfügen. Wir haben da nur mehr 35 Panzer. Nein, in Linz. Wir werden in Linz zusammengezogen. Also wir haben da nur mehr 35 Panzer. Und die auch nur, damit sozusagen die Schulung an diesem Gerät weiter erfolgen kann. Genau, da wollte es hin. Auf meine Frage, naja, was hat das für einen Sinn, auf einen Standort die Panzer, auf der zweiten die schwere Artillerie, nämlich nach Salzburg. Die Flieger-Truppenlangen leben, wird überhaupt komplett reduziert. Das ist ein eigenes Kapitel. Und so weiter. Und hat der mir Folgendes gesagt, der Offizier, wissen Sie, wir müssen die sogenannte Wehrfähigkeit erhalten. Was meinen Sie denn da damit? Daraufhin sagt er, naja, schauen Sie, wir haben zwar nur mehr 35 schwere Kampfpanzer, aber die müssen wir gehalten, damit wir mit denen üben können. Weil im Ernstfall, dann braucht man ja wieder mehr Panzer. Da habe ich gesagt, Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Im Ernstfall braucht man mehr, aber die Beschaffung dieser Mehr dauert ja dann zwei Jahre oder drei Jahre, da ist der Krieg schon wieder vorbei oder der Einsatz, für den wir es brauchen, sagt er, ja, das ist allerdings richtig. Ich meine, ein völliger Wahnsinn das Wahnsinn. Also, was ich glaube, was wirklich der Kern an der Sache ist. Also, wenn wir jetzt diese einzelnen Einsparungsmaßnahmen in Niederösterreich nennen, ja, also wie du gesagt hast, Kasernen waren 20 Arbeitsplätze, die werden verteilt. Das ist jetzt nicht das große Einsparungspotenzial, aber obwohl die Kasernen hören und die Horner, mögen Sie mir verzeihen, unnädig ist. Also, da hat die Garde drinnen geschlafen, wenn sie auf der Übung waren. Und das war die einzig strategische Verwendung der Kaserne hören. Aber es ist natürlich eine Umwegrentabilität im Ort und so weiter da. Die Militärmusik, na gut, da bin ich mir sicher, dass das Land möglicherweise einspringen wird. Also, da wäre ich ein schlechter Prophet, wenn wir nicht genau wissen, dass da schon irgendwelche Geschichten reden. Und wenn wir jetzt der Zwölf-Achsen hernehmen, ja, das ist strategisch sogar höchst sinnvoll. Ich gebe dir recht, dass du mit 35 Panzern Kaleiwerl reißt. Aber was müssen wir denn in Zukunft, was haben wir denn für ein Bedrohungsszenario? Wir haben ein Bedrohungsszenario. Nein, wir müssen Objektschutz machen. Und da jetzt eine Jägereinheit zu installieren in Zwölf-Achsen in der Nähe von infrastrukturell höchst diffizile Einrichtungen wie der OMV-Raffinerie entschwächert, wie in Flughafen entschwächert und die mit Radbanzer auszustatten. Nein, aber das muss ich sagen, das halte ich für eine sehr kluge Geschichte. Und wenn wir jetzt das Militärgymnasium in Wiener-Neistadt, in Wiener-Neistadt gibt es, glaube ich, drei Gymnasien, also das, und die Militärakademie selber wird aufgewertet. Die bekommen zusätzliche Ausbildungsplätze dort, ja. Also wegen dem Militärgymnasium in Wiener-Neistadt jetzt zu Anzenova machen und alles zusammen hat ein Einsparungspotenzial, das ein Witz ist. Und wo ist denn wirklich die Marie? Schaut einmal an, was bei den Eurofighter sind. Hubert, ganz kurz, die Eurofighter, wie viele fliegen noch? Ich glaube, fünf. Drei. Drei von den 15 fliegen noch, die haben abgegradet auf die erste Generation, da gibt es gar keine Ersatzteile mehr, die werden ausgebaut und wir haben eine Luftraumüberwachung bis zum Beginn der bürgerlichen Dämmerung, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich muss dem Mainstorf-Buget den Friedensnobelpreis geben, für das, dass er uns den Schrock verkauft hat, weil mit dem kannst du eh nichts anfangen. Also, dass der Eurofighter die hinnigste, unendigste Investition war, die jemals getätigt wurde in Österreich, das ist richtig. Ja, das ist ja einer der Punkte, warum das Jahresbudget... Versucht sich ein bisschen kurz zu fassen, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Nur zwei Bemerkungen. Erstens, deine Frage zuerst, warum das Bundesheer so im Eck ist. Natürlich, wenn ich dem Bundesheer seit fünf Jahren zwei Milliarden Euro weggekürzt habe, jetzt schon, da war das Bundesheer heute im europäischen Vergleich 0,5 Prozent von Bruttosozialprodukten im Budget hat, was ein Witz ist. Und zum Dritten, weil du sagst, Betragungsszenario. Es stimmt schon, das Betragungsszenario scheint ein anderes geworden zu sein. Das ist richtig. Wir sind von lauter NATO-Staaten umgeben. Auch richtig. Wir gehören nicht der NATO an. Zwischen uns und der Ukraine ist genau die Slowakei. Und dort sind genau 15.000 NATO-Staaten. Ich wünsche Österreich alles Gute, wann dort etwas passiert. Und dann ist man nämlich sofort in Wien und in Niederösterreich. Eins muss ich noch dazu sagen, weil du vom Bedrohungsszenario geredet hast. Moment, Moment, ich bin noch nicht fertig. Eins, Ossner. Wir haben heute die Krise der Ukraine. Wir haben heute den Ost. Wir haben heute den ganzen arabischen Gürtel, der brennt. Und alles ist zwei Flugstunden von Österreich weg. Wenn das kein Betragungsszenario ist, dann weiß ich es nicht mehr. Das Betragungsszenario kommt vor allem. Dass Europa, und jetzt sind wir wieder bei der Europa-Geschichte nämlich, Österreich kann nicht mehr isoliert agieren. Das Europa braucht eine gemeinsame Verteidigungsstrategie. Dass Europa bislang, seit 20 Jahren, kein gemeinsamer europäische Armee zusammenbringt, auf das sich Österreich nämlich, ganz ehrlich gesagt, verlassen hat seit 1995. Daher seit 1995 das Dankredigen des Bundesheeres. Es hat NATO-Pläne gegeben für Österreich, wo Österreich nur mehr als drei Gebirgsäger-Kompanien besteht und sonst gar nichts mehr. Nur, das gibt es ja alles nicht. Was tun wir denn, wenn irgendwo es wirklich kracht? Mit diesem Bundesheer, das ist lächerlich. Ja, und vor allem das Allerwichtigste, das haben wir jetzt noch mal angesprochen, ein Betragungsszenario ist noch viel näher als zwei Flugstunden. Das ist nämlich original genau 14 Regenstunden entfernt. Das ist, wenn wieder ein Hochwasser ist, dann schreit wieder jeder nach dem Bundesheer. So gesehen ist es aktuell eine ganz gute Zeit für den Herrn Klug, weil wir haben kein Hochwasser aktuell, wir haben noch keinen Schneeeinsatz etc. Aber da leistet sich Österreich die Kuzpe, dass zum Beispiel in der Kaserne Melk seit Jahren diskutiert wird, ob man drei Hallen irgendwo aufstellt und in diesen Jahren dazwischen, was passiert? Die nagelneuen Radlader, die nagelneuen Bagger, alles steht draußen, alles verrost. Also wir sind ja nicht einmal mehr einsatzfähig, wenn es um den Katastrophenschutz geht. Und ich glaube, da geht es wirklich um die Substanz und da muss ein Umdenken her. Okay, ich sage danke, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt. Wir hätten heute noch ein Thema mehr gehabt, aber das geht sich zeitmäßig nicht aus. Zeitmäßig ausgehen wird sich dann im November ganz was Interessantes bei unserer nächsten Ausgabe. Es gibt drei Parteitage im November. Ja, und die werden wir natürlich dann in unserer November-Ausgabe sicherlich einmal durchleuchten. Ich sage danke, dass Sie bei den Chefredakteuren wieder dabei waren. Wie gesagt, nächste Sendung, Dienstag, 25. November. Auf Wiederschauen, machen Sie es gut.